Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei World of Final Fantasy. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir ja erstmal alle unsere Städte von den Maschinas befreit. Und wir sollen jetzt, naja, zum großen Übel gelangen. Also zu der fliegenden Insel, wo wir ja erfahren haben, dass sie fliegt. Da sollen wir jetzt irgendwie hingelangen, aber vorher müssen wir erst nochmal in irgendeine Kirche gehen. Oder in eine Kathedrale, wo ein bisschen... Wie wir da hinkommen. Gut. Die hier, wir finden die wohl in der Stadt Agatha. Muss ich auch jetzt mal gucken. Wir sollten zu der Kathedrale, weil von da aus finden wir heraus... Ja, die Stadt sieht wirklich sehr scheiße aus. Muss ich sagen. Und hier sollen wir zu der Kathedrale. Gut. Oh, sollen wir kämpfen? Ach komm. Wir können den ausweichen. Oh, guck mal hier, der hier. Na gut, sagt nichts anderes mehr. Was mich ja auch interessieren würde, wenn wir jetzt gegen die kämpfen. Das Gebäude in dem Zentrum der Stadt ist der Kathed... Der Kathed... Der Kathedrhythm? Hä? Wollt ihr, dass ihr ein Musik oder was zu hören wollt? Es ist Kathedral. Nur ein Augenblick von Mirages, okay? Ja. Warum? Warum helfen uns nicht die Heralds? Weil er einfach an die Falschen geglaubt hat. Oh. Mann. So. Tja, aber das ist nun mal die Crimson Prophecy. Prophecy, Prophecy. Das ist die nun mal. Gut, den Kämpfen konnten wir ausweichen. Schauen wir in die Kathedrale rein. Was ist all das? All das? Tell me. Was von der Soul-Krystal? Wie viel von den Populern haben wir sie verbreitet? Wenn ich einen Begriff geben habe, dann nur vier Säulen in jeder zehn. Keine Ahnung. Die Architekt? Wollt sie? All das ist die wahrsten Fäderationen. Ich wusste, dass ich sie nicht mag, aber das macht mich. Die Architektur machen der Welt besser. Es ist wahr, wenn du die Federung bist. Das ist genau das, was sie machen. Die Architektur können die ganze Leben in Frieden leben und nicht für Essen leben. Ja, wenn ihre Säte in den Kristall sind, und sie in den Kastel auf Bahamut werden, dann wird ihre Wille realisieren, weil die Kristall nicht kämpfen oder essen. Sollte Arbeit, alles, was sie brauchen, ist zu werden Energie, und damit sie auch ihre Leben in Leisure bekommen. Also, was? Alle sollten sich glücklich sein? Gib mir eine Pause! Ron ist die Rite! Das ist, das ist komplett die Verzichtung! Schalk, du kennst es? Ich habe. In der Fall, ich war in eine Kastelung. Dude, was? Was? Am Anfang, ich glaubte, was sie gesagt haben, und wurde ein Architekt. Ich wurde zu einem Katedral, und ich habe fast meine Säule kristallisiert. Aber bei sheer Coincidence, ein Accident hat das System geholfen, und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, und ich habe es geschafft, und ich habe es geschafft, und ich habe es geschafft. Als wir die Wahrheit erfahren haben, wir wussten, dass wir mussten reagieren. Und das ist wie die Antifederation-Resistenz angefangen hat. Aber, bis der Welt in den Chaos fallen, das, das in eine Katedral, war aus der Frage. Aber jetzt wissen wir, diese sind die Entranken zu unseren Kasteln. Wirklich? Wirklich? Das heißt, die Kasteln? Sie sind die Weg. Sie verabschieden alle die Kristall. Genau. Als die Architektur-Säule wurde kristallisiert, die Kasteln sie durchführen, bis zum Kasteln. Aber wie sind wir wirklich die Kasteln zu nehmen? Wenn du Mensch bist, ist es so ein Gigant, um die Kasteln zu nutzen. Huh? Auwen erklärte, wie es funktioniert. Sie sehen, sie nahm die Kasteln, als sie nach dem Kasteln. Sie ist da? Sie sagte, die Kasteln war für den Baha-Mushan-Armee. Sie müssen beide ein Gigant und ein Mirage-User sein, um es zu traversieren. Also... Genau. Es muss uns sein. Was? Sie sehen, wie es ist? Raine, komm mal. Wenn wir die einzige, die gehen können, dann gibt es keine Raum für die Debatte hier. Ja, ich weiß. Also... 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 Ja. Und die Welt wird weiter zu kämpfen. Geh nicht über alle die Leute hier unten. Sie brauchen deine Hilfe. Nicht wahr? Erinnern. Das Kastel ist Bahamads Streich. Wenn du gehst, mach sicher, dass du bereit bist. Oha, das... Das geht hier auf Ende zu? Oh Mann. Okay. Das ist schon ziemlich... Alter, das ist schon ein bisschen krank hier. Die ganzen... Ja... Leichen da unten so gesehen. All die Leute, die sich... Würde sie vorrichten in der Mitte der Kathedrale, sobald ihr die Kette betreten wollt. Ja. Ja, all die Leichen, die da ins Wasser fallen und die Seelen, die zu der Kathedrale aufsteigen und... Ist schon ein bisschen krank. Rote Prophezeiung. Der Schlüssel des Feuers tief in der Höllenschlucht. Der Schlüssel der Erde im Land, in dem das Mako leuchtet. Der Schlüssel der Gezeiten im Tempel tief auf dem Meeresgrund. Der Schlüssel der Dunkelheit im Land, das nie den Morgen sieht. Das kannten wir ja. Ja. Ich würde aber sagen, eigentlich... Ich weiß echt nicht, ob wir gut vorbereitet sind. Ich... Ich weiß nicht, was wir noch anderes vielleicht machen könnten. Außer ein bisschen die Nebenaufgaben und alles. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Das können wir erstmal alles... Erinnerung, Einhänder. Phoenix Down. Das können wir schon mal einfach alles. Insektensoldat. Supertränke. Ram. Ram. Das können wir schon mal alles machen. Allheilmittel. Da kriegen wir ja wenigstens ein bisschen was. Kriegsmaschine. Stachellauf. Ja, ansonsten... Erledige 5. Da kriegen wir noch einen Übertragen. Er... Ich weiß aber nicht, ich... Ja, eigentlich ist wirklich... Das können wir wirklich loslegen. Kommen wir jetzt absolut gar nicht mehr zurück? Eisenkette. Na ja, es... Wir kommen immer noch zurück. Ja, sieht aus wie eine Kette. Stimmt. Boah. Alter, hier wird ein ja echt tüddelig drinne. Gibt es hier auch Mirages, beziehungsweise Maschinas? Müssen ja rein theoretisch auch von welchen angegriffen werden, oder? Alter, hier wird es echt betüdelt bei. Alter, aber die Förder... Alter, das ist schon... Oh, die wollten gerade was sagen. Verdammt. Mano. Ich wollte gerade sagen, sie sind schon... Ist schon ein bisschen krank. Ist... Ist schon wirklich krank hier gerade. Neue Mirage entdeckt. So, wir machen natürlich... Wir fangen... Ja. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als voll loszuballern. Und sehen, was passiert. Ne, aber das ist schon echt krank. Also, diese ganzen Seelen und das... Das ist alles nur unsere Schuld. So, den töten wir so. Sehr schön. Na ja, und leveln wir noch ein bisschen. Wir haben Charlie dabei. Das ist schon mal gut. Glaube ich. Es ist gut, wenn wir eine Charlie dabei haben. Ich weiß es auch nicht. Warte. Die Mirage ist hier. Das bedeutet das Geschäft. Gut. Weil je stärker sie sind, je stärker sie uns machen können. Right, Lon? Right. Right. Das habe ich jetzt richtig verstanden, oder? Und es geht, glaube ich, ganz rapide aufs Ende zu. Ich weiß nicht, wie groß da oben noch die Burg ist oder so. Ich weiß auch nicht, ob wir den Endgegner überhaupt gewachsen sind. Aber bis jetzt haben wir ja wirklich noch gar keine Probleme. Irgendetwas hier überhaupt annähernd platt zu machen. Also, das ist ja wirklich ein bisschen drauf schießen mit unseren Teilen. Und dann haben wir das schon. Dazu sind unsere Kakteen einfach zu super. Ja, wir haben das. Dafür sind sie echt zu geil. So, das ist die Steuerung. Zack. Zigtausend Stacheln. Einfangen, glaube ich, brauchen wir die jetzt auch nicht mehr, oder? Ich meine. Wirklich. Wir können sie aber einfangen. Komm, wenn wir sie... Wenn wir sie schon einfangen können. Können wir das auch machen. Scannen. Oh. Gemein. Nochmal. Alter. Okay, machen wir erstmal ein platt, wa? Machen wir erstmal den hintersten hier platt. Wenn es einer wenigstens tot, dann werden wir nicht mehr so oft angegriffen. Aha. Vorwärtsgang. Und den anderen fangen wir dann hier ein. Zumindest versuchen wir es erbittert. Manno. Einfangen. Manno. Komm schon. Yay. Eingefangen. Sehr schön. Haben wir den auch? Ich weiß nicht. Ich glaube, brauchen tun wir die sowieso nicht mehr, aber... Wir haben ihn dann. Das ist wichtig. Warte. Warte. Mit dem ganzen Geldsäulen, was ja auch in dieser Maras ist streng genommen nur ein Dreirad. Aber der absolut größte Verkehrsrodi von allen. Er kann aber auch anders. Seine große Stärke ist das rückwärts einparken. Und seinen Führerschein erhielt er gleich beim ersten Versuch. Alter. Was ein geiler Typ. Gleich beim ersten Versuch? Toll. Ja. Okay. Tja. Ich habe meinen Führerschein nicht beim ersten Versuch erhalten. Beim dritten. Nein. Kannst da bleiben. Haben wir eingefangen, ist gut. Nein. Ich habe meinen Führerschein beim dritten Versuch erhalten. Bin ich sehr stolz drauf. Zwei Mal durch die praktische Prüfung gefallen. Das war nie meine Schuld. So. Wer möchte ich dazu nicht sagen? Das war nicht meine Schuld. Wir haben jetzt viel Wichtigeres zu tun, als über meinen Versagen. Ich hoffe, wir werden in Zeit gewinnen. Eine Schwester. Eine Schwester. Eine Schwester. Oder ist das nur unsere, unsere, ähm, unser Kindermädchen? Was gewiss es unser Kindermädchen ist? Ich weiß auch nicht, warum. Sie wirklich wie ein Kindermädchen auf mich. Sehr schön. Haben wir einmal 20.000 Stacheln, dann haben wir das auch. Haben wir denen schon mal Damage gemacht. So, nochmal. Alter, beide verfehlt. Ich glaub's nicht. Ganz großes Glück. Na gut, prügeln wir sie einfach runter. Der ist schon mal gleich weg. Der geht auf den. So, den erledigen. Zack. Ciao. Supertrank. Ja, ja, ich weiß. Supertränke hab ich eine Million Stück dabei. Wo ich gar nicht sicher bin, ob ich die ganzen Supertränke überhaupt brauch, weil die Supertränke bringen echt wenig. Ich hätte gern Übertränke oder sowas. Oder ein Megatrank. Megatrank ist auch gut. Oder 10 Final Elixiere oder so. Das wär schon, wär nice. Das wär auf jeden Fall nice. Wollen wir da oben lang? Nein, Tama! Nein, Tama! Nicht du, die zwei! Okay. What jetzt? What do I do? I've lost them both! Why? 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 Why did they disappear? Where did they go? Seriously, come back? Oh, why did they leave me? Oh, you guys. I knew you were okay. I mean, we've seen plenty of contraptions like this. Uh-huh. Don't pretend like you weren't freaked out. With these devices, it shouldn't take us anywhere near as long we may get to the top. But from now on, don't touch anything without checking with me first. You got that? Yep. Got it. What did I just say? Ups. I'll be good. God, der ist so hohl, der Typ. Der ist einfach so hohl. Warum ist der so hohl? Let's begin! So hohl. So hohl. Ja, am besten eigentlich erstmal einfach nur angreifen. Huch, das macht nicht sehr viel Damage. Aber wir können auch nichts anderes. Das ist das einzig doofe. Ich mach mal Analyse, um einfach nur mal zu sehen. Huch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Fehler. Feuer könnte man ganz gut nehmen, dann nehmen wir auch Feuer. Die können beide Feuer, die können beide sehr viel Feuer. Dann feuern wir die auch an. Feuer. Ich hätte zwar gern Feuer gar, aber kommt noch bei Ifrit. Ja, das ist doch schon mal was. Und genau dasselbe kann sie auch, also. Der ist ja gar nicht mehr so hart. Mein hart ist der Gegner sowieso nicht, weil... Ja. Der ist halt einfach nicht hart. Ja. Wir haben Selbstheilung immer drinne und ja. So. Und den Rest. Bam. Was? Machen wir noch Feuer. Bumm. Erledigt. Easy. Gut, wir können uns jetzt teleportieren. Schön. Glaube ich. Ich weiß nicht. Was ich nochmal ganz kurz machen will, ist Mirage Board. Okay, die haben alle noch überhaupt gar keine Punkte. Nutzen wir das? Sind wir nur? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich nochmal herausfinden, was der andere macht. Da muss ich jetzt aber nochmal herausfinden, was der andere macht. Aha. Ich hab keine Ahnung. Hier geht's aber weiter, ne? Ja. Gut, dann müssen wir doch erstmal zu den anderen. Ja, man muss erstmal heraus, man muss ausprobieren. Wir müssen erstmal zu den anderen. Da landen wir nämlich in der Mitte, wo wir sonst gar nicht hinkommen. Und da sind dann bestimmt wieder irgendwelche Kisten. Mit vielleicht Übertrank oder Phoenix Down oder irgendwas, was wir immer gebrauchen können. Oder? Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Entschuldigung. Jetzt habe ich es verstanden. Das war nur der Teleporter zurück. So. Jetzt haben wir aber. Das war nur der Teleporter zurück gewesen. Okay, ich dachte der führt uns irgendwie in die Mitte. Aber. Macht nichts. Kann man auch mal machen. Sich die ganze Zeit hin und her teleportieren wie ein verrückter. Das ist schon so. Dann. Ja.